Letzte Chance, Cash oder Tash? 400 Euro, was machst du? Gem FM, Cash oder Tash? Ich hab's so ehrlich gesagt voll auf die Tasche abgesehen. Also, heute sehr platt, sag ich mal. Oh yeah, oh yeah. Oh yeah? Wieso oh yeah? Ich bin für ein iPad. Wir könnten aber auch trotzdem über Geld reden, so ne? Ja, okay, dann rede mal über Geld. Vielleicht hast du ja auch Bock auf... Auch 250 Euro? Nein, nein, nein. So, du dachtest, das wird die 250 Euro Woche. Sag ja. Nee, nein, nein. Ich mach die 400 voll. Hat er nicht gesagt. Hat er nicht gesagt. Doch, hat er. Nein, nein, nein. Ich will bitte das iPad, bitte. Das ist scheiße, keine iPads. Es muss ja kein iPad sein. Es kann ja auch was anderes i-mäßiges sein, ne? Ja, was denn? Aber was ist denn platt und ein i-bickel? Willst du dich jetzt verarschen, oder was? Letzte Chance, Cash oder Tash? 400 Euro, was machst du? Keine 400 Euro. Was tust du denn? Es ist ein iPhone! Ist das auch okay? Ist jetzt kein Pad, so, weißt du? Oh, man ist geil, danke!